Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Poli Bridge. Ich habe gerade die Brücke wieder gebaut, die Brücke wieder gebaut, eine Brücke gebaut, wo ich ja stundenlang vorgesessen habe, sogar eigentlich tagelang. Ich habe gestern den ganzen Tag probiert und heute bin ich gerade dabei. Ich habe es jetzt gerade geschafft. Allerdings nicht unterm Budget. Mit den unter Budget, die werde ich nochmal später nochmal machen. Und dann vielleicht ein Endvideo machen, wo ich die Brücken unterm Budget nochmal zeigen werde. So, jetzt schauen wir uns das nächste Level an. Da haben wir einen LKW und einen Bus, der A nach A, B nach B. Fahren die gleichzeitig los. Nee, erst Bus, danach kommt bestimmt Hydraulikpause. Und, ja. Ok, ok, ok. So, dann hauen wir hier erstmal ganz schnell ein paar Holzbalken rein. Das Video kann ich auch nicht allzu lang machen, weil ich muss gleich los zur Arbeit. Mal erstmal so schauen, wie das so einigermaßen hält. Und zwar gar nicht. Dann hauen wir hier nochmal eine Reihe drüber. Und drüber. Ach Mensch. Wenn man es schnell machen möchte, dann klappt es nicht. So. Hey, die Brücke mit zwei Holzbalken für Polk haben wir drin. Polk 30 brauchen wir. Haben wir es noch zur Verfügung. Ja, geht auch nicht. Nee, nee, nee. So, jetzt aber. Jo, das hält schon mal. Bis der Bus drauf ist. Perfekt. Na komm, haben wir hier mal. Gut traurig. Haben wir ja sowieso, hä. Zack, da unten. Bam. Dann hält er schon mal ein bisschen mehr. Jetzt kracht er hier ein. Nee. Al karamba. So. Das ist ja mal. Jetzt reißt er hier ja sowieso kaputt, dann reißt er das da auch noch kaputt, dann ist alles kaputt. Siehste? Los, da rüber. Flieg, kauf dir Flügel. Ach nee. Was kann man da machen? Was kann man da machen? Man könnte zum Beispiel Staldräger reinbauen. Das ist Stahl da im Stahl. Nein. Es hat die Brücke zerrissen. Ich möchte erstmal durchprobieren, dass der LKW auf der Brücke kommt. Nee, aber auch scheiße. Ja, okay, gut. So ist er schon mal gut. Also er bleibt da stehen. Jetzt müssen wir halt nur irgendwie ein bisschen Stabilität reinbringen. Und dann müssen wir die andere Seite auch noch hoch kriegen. Ja, das muss schon mal so bleiben. Und hier muss ich den irgendwie hochziehen können. Traulig, nach ganz oben. Ach, da ist Stahl. Muss er irgendwo fest sein. Das geht so nicht. Das geht so. Das geht auch nicht. Kann ja nicht da hochziehen, wenn er da runter drückt. Hm. Mama Mia. Wie mach ich das? 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 Oh, jetzt kommt noch nicht mal mehr der Bus rüber. Stahl. Also mal Stahl. Oh, die Brücke sind auch. Lass mal hier. Lass mal mal das alles. Lass mal das alles auch. Das ist doch schon auch alles. Ah, okay. Straße. Stahl. Kontrollen. Stahl. So, jetzt hauen wir hier mal schnell wieder ein paar Holzbalken rein. Mal gucken, vielleicht fällt da ja einfach runter. Der Bus. Wo ist der Eker? Die springen doch dann da gar nicht. Ah. Ich hab hier wieder Vorstellungen. Ich denk mal, wenn die Trolle losgeht, klappt die Brücke so weg. Ich denk mal, wenn die Trolle losgeht, klappt die Brücke so weg. Ah. Der Bus kommt nicht richtig an. Immer noch nicht. Der Bus ist so fett. Warte mal. Ich mach einfach hier noch eine Straße. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2? Das fällt aber bestimmt daneben. Könnten sie das nicht hier drehen, dass die Lücke links wäre? Ja. Muss doch. Jetzt fällt da daneben. Die Straße haben wir ja noch. Und Holz haben wir ja auch. Das war vielleicht noch eine Straße. Schau. Halt da knapp. Halt da knapp. Ah so. ok. Ich glaube, da müssen wir ein Stück runter gehen. Jetzt aber, komm. Das ist umgegenkneit. Ach, ganz gut, ganz gut zusammen. Oh, das ist weg. Oh, komm mal runter. Oh, das ist weg. Ach, geht doch. So. Rot ist es schon. Der Bus ist zu fett. Oh, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Opsa. Oder ist es wieder nicht? Dann machen wir nochmal da eine Verbindung rein. Jetzt müssen sie aber noch halten. Geh nicht allzu weit runter. Der hebt hinten mal ein bisschen ab, wenn er hier runterfahren möchte. Okay. Okay. Ey, die Brücke steht noch. Loll. So. Aber jetzt kommt schon. Ich habe auch keine Zeit. Ich muss jetzt loszuarbeiten. Auf jeden Fall, der Bus ist schon mal drüben. Und der ist schon mal geschafft. Mensch. Warum bricht hier das Ding weg? Ich kann doch nicht einfach so weg bricht. Ich muss loszuarbeiten. Ich muss loszuarbeiten. Ach, Mühe. Ach, Mühe. Ich muss loszuarbeiten. So, jetzt aber. Einmal schnell durchlaufen lassen hier. Go, go, go! Oh! Der springt da einfach. Warum springt der da? Der dumme Bus, der. Oh, ich spring. Na gut. Danke, dass ich zugeschaut habe. Ich probiere die Brücke nachher weiter, wenn ich von der Arbeit komme. Und mal schauen, ob ich das denn schaffe. Ich wünsche euch bis einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.